Guten Tag, willkommen! Heute geht es um das Verb Geben, in den Spränden der 1 oder 1.2. Dabei geht es um die Sprache um die Sprache zu verbringen. Geben bedeutet jemanden etwas reichen bzw. in der Nähe oder Hände legen. Die Beleihung der Menschen zu uns genauso wie die Behinderung aus dem Buchstabe, wo es also nicht verwendet. Sie können die Menschen in mein Dativ herausfinden und im Dativ herausfinden, sowie die Menschen mit einem Akkusativ über die Menschen in den Hackusativ herausfinden. Wir verstehen, dass sie auch eine Akkusativ und akkusativ leisten können. Sie können die Menschen mit einem Akkusativ herausfinden und den Menschen mit einer Akkusativ abnehmen. To give someone something. Das bedeutet, dass jemandem etwas akkusativ geben kann. Wenn jemandem etwas akkusativ geben kann. Wenn jemandem etwas akkusativ bekommen kann, dann kann er das mit dem Motivation anbieten. Konjugation. Das bedeutet, dass ich mit dem Motivation anbieten kann. Ich gebe, du gibst, er sie es gibt, wir geben, ihr gibt und sie geben. Präteritum. Ich gab, du gabst, er sie es gab, wir gaben, ihr gab und sie gaben. Imperativ, er sie es geben, wir geben, ihr geben, ihr geben und sie gaben. Konjunktiv 2. Ich gebe, er sie es geben, wir geben, ihr gebt, sie und sie geben. Zeitformen kann. Before weした. Hier ist das Gedächtigung. Du haste die Gedächtigung anbieten. Das ist das Gedächtigung anbieten. Entzahl anbieten sich von 1 und 2. Na 2 numbers dábfert auf die Gedächtigung. Gleich kann es aber nicht weiter verringen. Wenn jegung anbieten, dann könnt ihr das Gedächtigung anbieten. Dann könnt ihr die Gedächtigung anbieten und 2. Dann könnt ihr die Gedächtigung anbieten, die Gedächtigung anbieten. Dann könnt ihr das Gedächtigung anbieten. Das ist die Gedächtigung anbieten. Auf einem leeren Video kann ich, ich vergesse meine Almein, da baske ich nur. Futur 1, ich werde geben, du wirst geben und so weiter. Bei Futur 2, ich werde gegeben haben, der da Partizip 2, oh, hilfst mir aber, kann man nicht wissen. Ich werde gegeben haben, du wirst gegeben haben, er sie es, wird gegeben haben und so weiter. Vergangenheitsform, Perfekt und Plusquamperfekt. Perfekt, ich habe gegeben, du hast gegeben, er sie es, hat gegeben und so weiter. Plusquamperfekt, ich hatte gegeben. Du hattest gegeben, er sie es, hatte gegeben, wir hatten gegeben und so weiter. Ich werde sie in die Welt. Ich werde sie in die Welt spätieren. Wenn ich etwas, was ich in die Welt sch страхe und zurückkehren, Ich werde sie in die Welt gesammelt. Also ist es, ich werde sie in die Welt einbringen. Ich werde sie in die Welt schrauben, in die Welt schrauben und in die Welt schrauben. Ich werde sie in die Welt schrauben. Du gibst, er sie es gibt, darüber hat die Präsenze, Präteritum, ich gab, wir gaben, er sie es gab, du gabst und sowas. Konjunktiv 1, in direkter Rede, er sie es, gebe. Konjunktiv 2, E, der Wetter, A umlaut, ich, gebe. Imperativ, hat die Emriede studie, gibt und gibt. Gibt du mir das Buch oder gibt ihr mir das Buch? Perfekt, Herr Schiller, Grinke, Partizip 2, Verneine geben, der Wetter, gegeben und Verneine er mit dir, haben wir ein Verneine. Verneine Verneine geben, Verneine haben Dativ und Akkusativ, das Buch, das ist die Akkusativ und Dativ an, dass wir die Akkusativ, auf dem wir sie nicht sehen. Wir haben die Akkusativ, die Akkusativ und Dativ an, nicht, sondern wir können hier einfach noch ein paar Jahre zusammen tun, aber wir können einen Akkusativ und Dativ an in die Sprache aus Deutsch-Karten, damit wir in der Serie einstellen können. WORTTREísVES WORTTREIENUNG GEBEEN PRÉTERITUM LITTLE PARTICIP 2 GE-GEBEEN Das ist sehr gut. 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 Das ist sehr gut.